Die erste Kugel, die ich äh... Oh man, Rätselkram. Ist auch nicht gerade meine Stärke. Scheint der einzige Weg hier drauf zu sein. Äh... Warum? Was soll das denn jetzt? Was? Spring doch dagegen, es hat doch eben auch geklappt. Ich hasse sowas, ganz ehrlich. Das Spiel ist mega geil, aber sowas versaut das ganze Game. Was soll mir das jetzt sagen? Da oben kommt ne Kugel runter oder was? Gegengewichte. Ach was was. Ja. 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 Ein Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Ah, okay. Das ist schon ganz was Neues. Alter, beweg dich doch mal von diesem scheiß Ziel weg. Ich würde jetzt gerne das Ziel abwählen, geht anscheinend auch nicht. Ein Grabwächter. Oh man, wie ich solche Sachen hasse. Hm hm hm. naja was soll es irgendwie komme ich da dann schon durch nur das ist jetzt fast kein leben mehr ja hier kann ich auch nicht weiter da muss ich ja lang konzentration jedi wollen keine aggression wir stellen uns gegen sie die macht sie ist unser schild die hindernisse auf deinem pfad definieren den pfad was im weg steht wird selbst zum weg werden gut versuch es erneut blicke immer auf den ball rt das war doch rt gut weiter so los nochmal schiebe den ball mit der macht zum ziel ja wenn die taste auch so was tun würde was wir machen sollen jetzt schneller schließt den test ab was im weg steht wird selbst zum weg endlich mein freund sie dir die details auf diese rinde an die unverwechselbaren streifen das kann doch nur ein rochier baum von kashik sein zeit für einen besuch bei einem alten freund wenn die seffo kontakt mit kashikan stehen die chancen gut das häuptling tarful darüber bescheiden weiß also ein spannungs två leppig Hau doch mal zu, das geht auch sonst auch immer. Hau doch mal zu, das geht auch mal. Jetzt hat er schon wieder nicht diese Macht eingesetzt, obwohl er genau das tun sollte. Rückwärts zurück weichen, das kann er hier wirklich nicht, dieser Penner. Hau doch mal zu, das geht auch nicht. UNTERTITELUNG Benutz die Scheißmacht doch einfach endlich mal. Ich hau da auf der Taste rum und er macht es einfach nicht. UNTERTITELUNG Okay, ich war längst auf der Reichweite. Ich war längst auf der Reichweite. Ich danke dir. Soll ich jetzt hier irgendwas machen oder wie? Achso. Reiseziel freigeschaltet. Kashyyyk und da unten steht noch so einer. Immerhin, ich kann endlich mal speichern. Nein, ist das manchmal anstrengend. Okay, welche Fähigkeiten nehme ich denn jetzt? Haben wir hier irgendwas mit Carl? Regeneriert zusätzlich Leben, wenn er einen Stimbehälter von BD1 benutzt. Maximale Gesundheit. Äh, der BID ist ja ganz nett. Komm, nehmen wir erstmal mehr. Komm, nehmen wir erstmal mehr. Da. Da will man nicht runterfallen. Moment mal. Ich weiß was, ich geh doch mal jetzt mal diesen Weg. Der führt mich... auf unbekannte Gefilde. Auf unbekannte Gefilde. Okay, dann halte ich eben nicht fest. Und spring einfach woanders hin, als ich hinklicke. Ah. 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 Wie many so. você и Der Rechner ist lange zerstört. Oh, okay. So. Was war da drin? Gut, immerhin. Okay, von hier auf bin ich gekommen. Da muss es in die Richtung gehen. So, und da wären wir. Ah, so, da oben habe ich es ja verkackt. Da muss ich da jetzt leider nochmal durch. Okay, doch. So. So. Ich spüre noch den Hass, der dabei tobte. So, den Teil haben wir. Dann kann ich ja jetzt, ne? War das schlau? Na, dann komm eben her. Okay. so also da muss ich hier wohl stimmt das hier lang ich glaube das wäre eine doofe idee ich muss hier wahrscheinlich da rein schmeißen tja wenn ich jetzt so bist du was wie wo ach hier oben kann auch eine rein alter das das muss man erst mal verstehen ach so anders kann ich hier nicht lang gut dann nehme ich einfach mal an dass das so gewollt ist rätselspielchen wie soll euch das hier rot so 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 UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Barsol Oh Mann, oh Mann, oh Mann Ich hab keine Ahnung was ich hier eigentlich tue Ich mach einfach hier irgendwas